Und wir probieren das mal. Nur mit Layla. Kann denn? Im schlimmsten Fall geht es schief. Pesch. Wir fahren die übliche Abwehr. Wir fahren die übliche Abwehr. Ja. Jetzt kommt er auch nochmal. Ja, komm, 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 komm. Sie hält sich wesentlich besser jetzt. Aber da kommt jetzt auch noch diese anderen Scheißbücher. Ja. 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 Ja, das hat sie gewirken können. Ich bin gerade ein bisschen still. Es tut mir voll leid. Aber ich konzentriere mich, ich will das hier eigentlich nicht noch einmal, ja, versauen. Komm, fall um. Ja. Ich weiß, das ist gerade langweilig, ich mache nur die eine Attacke, aber... Ich will ganz kurz was gucken. Ich will kapieren. Ich will kapieren. Wie wirklich denn das? Das aktivieren bei normalem Status während einer 50-Treffer-Kombo. Ja, das ist so. Ja, klar, natürlich. Oder höher. Mit SA4 oder höher. W plus RT gedrückt. Kann Scherte entfernen. Ein mystisches Arte, das eine Menge Papier verteilt und anzündet, um einen massiven Flächenbrand auszulösen. Und jetzt zur Aktivierung während einer Kombo bei normalem Status mit SA3 oder höher. Objekt. Das Problem ist, dass ich wieder jetzt nicht zum Wirken von irgendwelchen Sachen komme. Weil das einfach mal so viele sind, dass ich hier eine Krise kriege. Ich komme nur dazu, kleine Angriffe zu machen und die sind natürlich jetzt nicht so der Knaller. Ich verstehe nicht die... Also, ich müsste ja auch irgendwann mal weglaufen können. So wie jetzt zum Beispiel. Was aber irgendwie gar nichts bringt. Weil die so scheiße verteilt stehen. Kann ich irgendwas in der Strategie ändern? Taktik. Angriffsrate. 25. KP verwalten. Hauptsache überleben. Gesundheit schon. Stoß. Angriffe vom Gegner fernhalten. Abstand halten. Ja, auf eigene Weise. Rein lichten. Mal gucken, wie das funktioniert. Komm, 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 komm. Ich muss da irgendwie mein Leben schonen. Ich weiß noch nicht, wie. Ich weiß noch nicht, wie. Zeitweise lassen sie mich ja mal ein bisschen in Ruhe. Aber so wirklich funktioniert das hier nicht. Die sind so schnell wieder hinter mir her, dass ich ehrlich gesagt gerade gar nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Weil immer dann, wenn ich was wirke, kommt irgend so ein Scheißviech. Na, komm, mach doch halt den Rand hier. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich komme aber auch hier nicht raus, ne? Das ist zum Kotzen. Es ist, es ist wirklich zum Mäuse melken. Die lassen mich nicht in Frieden hier. Also, ich habe hier schon schlechter durchgehalten. Davon abgesehen. Ich meine, vor allen Dingen sind die, haben die eine Schwäche gegen Erde, ne? Das ist so, äh, ja, ich bin im Feuerseraf drin. Hier Lappen. Mann, lass mich doch mal in Frieden. Also, wenn ich davon auf wenigstens ein oder zwei jetzt wegkriege. Das wäre schon so ein Ding, das wäre klasse. Na, komm, 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 komm. Ach, das ist doch zum Kotzen. Du kannst aber auch hier, wie man sieht, über das ganze Feld einmal laufen, ne? Das Einzige, was man davon hat, ist, dass man auf der anderen Seite vom Feld ist. Aber sie hat so eine arschlangsame Wirkung ihrer Feuer, dass es nichts bringt, auch nur im geringsten, irgendwie was zu wirken. Außer ihre Mini-Angriffchen, die sie hier hat. In der Hoffnung, dass man hier irgendwas trifft. Halt doch mal den Rand und fall um, du scheiß Viech hier. Ja, na klar. Hol doch noch ein paar von den scheiß Mistviechern hier. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Mann. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin leicht, leicht genervt. Ganz leicht. Halt den Rand und endlich, oh, einer ist mal weg. Einer, einer. Okay, abgebrochen. Das bringt ja nichts. Bringt das was? Ja. Ja, komm, du auch noch mal. Komm, 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 komm. Oh. Wenn die so nah an einem dran stehen, kannst du es eigentlich knicken. Wenn die so nah dran stehen, dann kann man es fast vergessen. Komm. Mach's platt. Ja, natürlich. Ach, lieber abwählen. Das bringt doch alles nichts. Ich muss wenigstens diese scheiß Pflanzen hier wegkriegen. Ja, na, komm. Ich muss wenigstens diese scheiß Pflanzen hier wegkriegen. Ach, nö. Jetzt kommen mir hier so schnell Viecher nach. Wie willst du denn da noch was wirken? Das kommt schon. Ich komm schon. Die scheiß Wölfe sind natürlich, ja, haben eine Schwäche für Wasser. Kann ich jetzt nicht mit dienen. Tut mir leid. Also werden wir das wie eben machen und uns ganz langsam da dran tasten. Und wieder mal alles upfuttern, was wir hier finden. Das ist wieder so was wie eben mit diesen scheiß Erddingern. Wo man nicht dazu kommt, auch nur im geringsten irgendwas zu machen. Außer vielleicht mal hier in so einem ruhigen Moment so zwei, drei Angriffe. In der Hoffnung, dass sie einfach sozusagen ihren Angriff nicht starten können. Ich laufe jetzt einfach mal im Kreis. Mal gucken, wie die Taxi funktioniert. Gar nicht. So wie es aussieht. Seid ihr jetzt bald mal fertig? Ich hab ja auch irgendwann mal den... die Nase voll hier. Scheiß Kampf-Tiger. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich hasse diese Prüfung. Okay, sie braucht noch zwei, drei Level, um das da vorne zu knacken. Mindestens. Ist nicht stark genug. Ihr fehlt es an Armory, ihr fehlt es an... deutlich an Kraft. Ich heuchte, was so miteinander verringert, dass sie so ewig zum Wirken von irgendwelchen Sprüchen brauchen. Das ist ja... Er will langsam redet, die dann beim Magie wirken. Da muss es doch irgendwas geben. Nein, nein, nein. ja ja so sie sind sie sind sie sind und 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 Hier machen wir das am besten nachher mit Layla. Wir kämpfen da irgendwo am Ende der Atempause brauchen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz was gucken. Gibt es etwas, womit ich sehr ein kleines bisschen umändern kann? Sie sollte eigentlich Abstand halten, weil sie braucht Ewigkeiten um was zu wirken. Schnell wirkbare Artes verwenden. Er gehört auch eher zu der Sache, obwohl man bei ihr eigentlich Ausgleichen machen kann. Angriffsrate, gut okay, spielen wir ja selber. Ausgeglichen, na. Alle Angriffe konzentrieren SK bei etwa 25 Heiden. Auf Angriffe konzentrieren. Aber was hatten wir vorher ausgeglichen? Ja, das war ausgeglichen. Eigentlich könnten wir ja auf Konter machen. War auch ausgeglichen. KP verwalten. Musik eingehen. Ja, warum eigentlich nicht? Bei ihr machen wir halt hier. Gesundheitsschuhe. Ja, KP verwalten. Stoß. Okay, das denke ich machen wir nach Selbstentscheidung. Das ist glaube ich einfacher. Mal gucken, was das jetzt bringt. Ne, da gehen wir gerade nicht rein. Ich bräuchte mal nochmal einen Gegner. Ich will das jetzt mal ausbilden, was ich da eingestellt habe. Inwiefern sich das jetzt ändert. Ob das jetzt von Kämpfen? Ob das jetzt von Kämpfen? Ja, anders ist. Weil ich möchte eigentlich nicht, dass Leila da so belastet wird. Oh ja, das ist ein guter Gegner. Ja. Ich hab mal so richtig Zeit. Ich hab so gefunden. Amphibos Schwert und neue Kampfaktion. Das gucken wir uns gleich mal an. Das hab ich schon einmal. Das hab ich schon mal an. Das hab ich schon mal an. Das hab ich schon mal an. Ermüdungsfähigkeit. Das ist auch nicht schlecht. Bei dem wüsste ich gar nicht, wie ich das verschmelzen soll, weil das alles sehr ist. Wie sieht es mit Laila aus, ja? Die hält auf jeden Fall in der Gesundheit. Ich weiß noch nicht, ob das so richtig ist bei Laila. Auf Abstand halten ist auf jeden Fall richtig. Das können wir eigentlich auch so machen. Eigentlich können wir da echt auf KP verwalten gehen, weil 50% ist immer gut. Meiner Meinung nach. Achso, Kampfaktion hatten war ja noch eine neue. Todes Zorn. Ja, die will ich ja nicht. Die möchte ich ja nicht haben. Also hätte sie wenigstens, kann sie ein bisschen mehr zaubern. Das ist natürlich blöd, dass sie jetzt so durch dran ist. Das soll sie ja eigentlich nicht. Das habe ich nicht auf ihn aufgepasst. Ja, das ist jetzt besser, weil der Troll haut ganz schön zu. Noch ein Amphibos-Swert. Wir wissen aber, wie viele gibt es denn davon hier? Warte verteidigen. Plus 4. Nehmen wir das mal. Wie sehen wir denn aus? Das passt ja mittlerweile. Fast 35. Da können wir... Ja, können wir in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall uns mal an den Bussbaum loslassen, oder? Ja. Und wenn wir den Boss gemacht haben und Layla dann Level 35 hat, dann können wir uns hier nochmal in den Tier getrauen. Ich glaube, das wäre besser. Und für den Bosskampf werden wir nochmal die... nochmal die Rüstungsgegenstände anders verschmelzen. Ich glaube, das war unser großer Fehler. Wir haben... Ich habe da gar nicht so auf die Werte geachtet. Ich habe nur auf die Sterne und teilweise auf die Wertverbesserung geguckt. Aber gar nicht, dass man ja... ja, dass wir ja manchmal Fähigkeiten wecken nehmen. Dadurch verschließen wir wahrscheinlich auch teilweise immer wieder was. Wodurch wir dann diese blauen Lieblingszender haben. Ja. Ähm... Warum hat die Kamera jetzt bitte... Das fliegt das auf euch? Ich meine, das ist ja nett, aber... Das war eine ziemliche Kamera für. Ah, toll, was? Wir gehen jetzt ins Dorf. Dann machen wir. Aber heute... Da habe ich erstmal ein Puls hier. Oh, jetzt habe ich einen Unterbau. Entschuldigung. Wie sieht es denn aus? Ja, sehr gut sogar. Wir können ja noch 1-2 Kämpfe machen. Die große Macht hat auch ihren Preis. Die große Macht hat sich dann stark in die Höhe von dir. Die große Macht hat sich immer mit dem Sturzenderes für die Höhe von der Höhe von dir. Ich weiß nicht, dass du diese Macht für die Höhe von dir. Okay, dann werden wir dich nicht anfassen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo ein Gegner oder zwei? Ich würde gerne das Level noch voll machen, wenn ich ehrlich bin. Oh, das sind aber viele. Ja. Eieieiei, Layla macht hier wieder Action. Na komm, ja haben wir. Okay, das sind echt viele Punkte, die wir teilweise noch brauchen. Kampffigur wechseln? Ah, okay. Status. Oh, das sind noch sehr viele Punkte. Gut, das werden wir, denke ich, dann doch mal ein anderer Mal machen. Ich bin sehr auf Angriff gegangen, muss ich verstehen. Das gelbe ist der Gruppendurchschnitt. Ah ja, okay. Dann gehen wir wieder zurück ins Dorf. Das sind so viele Punkte, das schaffen wir jetzt auf gar keinen Fall. Nein, falscher Weg, falscher Gang. In Ordnung, gut. Dann, nee, das sind ja so viele Punkte. Speichern wir nochmal. Ups. Jetzt. Reingehen. Ah, und dann sind wir hier wieder in Sicherheit. Mehr oder weniger. Ah, ja. Leider haben wir, ja, die Feuerprüfung nicht geschafft. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er leveltechnisch soweit über uns ist. Kann mir jetzt nicht ändern, ist so. Ähm. Ja, bei der Prüfung von Leila waren wir ja knapp, glaube ich. Ja, waren wir, glaube ich, knapp dabei, es zu schaffen. Ich glaube, mehr Gegner als die Wölfe wären dann auch nicht mehr gekommen. Ja. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, schauen wir uns hier noch ein bisschen im Dorf um. Bis nächstes Mal werden wir unsere Sachen nochmal neu verschmelzen. Ich hoffe, dass ich daran denke, da mal nachzugucken, wie rum das jetzt war. Aber ich befürchte, dass ich es wieder verschwitzen werde. Es tut mir leid, aber... Ja, ich lerne sowas auch gerne, wie sagt man so schön, lernen durch Schmerz. Und dann kriegen wir das auch schon irgendwie. Und so schlecht läuft es ja nicht. Ja, dann hoffe ich, ich bin trotzdem ein gutes Stück vorangekommen. Und ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass wir es hier im Boss nicht geschafft haben. Aber ich denke, das nächste Mal werden wir ihn schon irgendwie kleinkriegen. Wir wissen jetzt, wie ihr die Monumente aktivieren könnt. Nicht durch los, das müssen wir schon selber machen. Und ja. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal bei Tales of Cestiria. Hier im ruhigen, besinnlichen Gododin. Und bis dahin wünsche ich euch einen zauberhaften Abend, eine wunderschöne Woche oder auch ein entspanntes Wochenende, je nachdem, wann ihr gerade zuschaut. Über ein Däumchen würde ich mich sehr freuen, auch über Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ob es euch zusagt oder ob ihr vielleicht noch Anregungen habt, wie man das besser machen könnte. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Tales of Cestiria mit eurer Cesar. Bis dahin. Sayonara. Machane. Ich Kora Untertitelung des ZDF für funk, 2017